lol wann hast du die gesucht heute mittag ja ja da hatte ich die eingepackt weil sie halt unterwegs war noch im end hier nach muss hier noch ein paar bäume fällen auf diesen komischen waldinseln da okay so jetzt wird das fast komplett gekühlt ich mache dann schon mal ein bisschen mehr weil wir noch was für die turbine brauchen einmal und das sollte dann reichen wenn wir hier den letzten bucket draufsetzen jawohl ok bringt ja nichts mehr an machen weil er noch keinen zugang hat machen wir hier mal einen seiteneingang jetzt meine fackeln da noch eine und vielleicht auch da so das ganze muss man noch ein bisschen im mmae verkabeln und ich merke gerade dass ich das ein bisschen doof angeschlossen habe oder auch es geht so und zwar habe ich beim baker gesehen dass er das normal aktiv gekühlt hat mit einem aquarius und ich brauche mal zwei eimer wasser die geier ich mir dann mal schnell hier 1 2 und dann brauchen wir noch die transferpipe und das waren die liquidnotes ne jupf das waren die liquidnotes ne jupf und die eimer sehen jetzt natürlich hinten das ist jetzt super habe ich wieder echt super nachgedacht super ja Dominik machst du ja ganz gut ein bucket so und die transferpipes noch ok bist du auch selber ja wo bist du angeschaut ich bin hier oben ok ähm das ganze baut wir dann mal eins unter der erde auf und bauen wir dann gleich wieder zu und das habe ich wieder nicht nachgedacht ich bin echt wieder super nachdenken und jetzt und jetzt sollte der reaktor sich hier langsam mit flüssigkeit füllen ja mit wasser sehr schön gut dann brauchen wir noch hier an der seite und zugang und zwar braucht der reaktor ja ähm zum arbeiten braucht er ja auch an und gibt dann als abfallprodukt zionid aus und dieses zionid das brauchen wir für die turbine wenn wir wieder auf big reaktors gehen sehen wir hier beim turbinenhousing brauchen wir netherquartz und cyanid ingots brauchen wir für das gehäuse beim controller brauchen wir plutonium ingot oder plutonium ich glaube das war wenn mich nicht alles täuscht vielleicht wo war schön dass ich es hier cyanid free kompressor wenn wir jetzt wenn man sich das aufbaut kann man aus glaube ich 2 cyanid wieder ein plutonium bekommen was auch wieder als treibstoff benutzt werden kann das heißt das abfallprodukt wird quasi nochmal recycelt und nochmal verbraucht so aber wir brauchen ja wie gesagt dann nochmal hier ein bisschen platz dann war es halt super dass ich hier die fackel gesetzt habe weil ich die dann wieder ab machen kann so so on handy wieder am starten oder so es ist schon wieder an aber ich habe so das gefühl dass es nicht mehr schalt läuft ok obwohl ich könnte es nochmal versuchen ach ja die kleine farmtour im end können wir uns jetzt sparen ne hab ich schon heute Mittag alles erledigt hab ich gemerkt glaub mir das war nicht einfach kann ich mir vorstellen und ich hab noch mal was auf so einer einer von diesen Feierinseln gefunden und zwar so ein komisches Puzzle und ich hab mich mal im Internet informiert und irgendwie hat das nicht so richtig geklappt für all die die sich jetzt fragen worum es geht und zwar findet man auf den Feierinseln wer jetzt nicht weiß was ich meine kann sich ja nochmal die folgen im End anschauen mit Baker Street, Crazy und mir weil da haben wir einige von diesen Feierinseln gefunden und auf jeden Fall hab ich auf einer von diesen so ein kleines Bild so ein Dungeon sag ich jetzt mal gefunden mit so einem von diesen Igneos Vogue Ohr und laut Internet muss man da einen von diesen Igneos Vogue Aua einen von den Igneos Vogue Ohr draufschmeißen und dann wird sich das ähm würden sich die Steine da verändern und dann würde da so ein Miniboss spawnen oder sowas ähm ich hab da keine Ahnung wieviel da draufgeschmissen ich glaub fast 30 und hat sich nix verändert hab auch heute mal meinen 38. Tod kassiert warte mal du hast 46 Tode ja bei der letzten Aufnahme waren es glaube ich noch 45 ja wie wärst du nochmal gestorben ich hab keine Ahnung bist du verhungert oder was ne das eigentlich nicht ich glaube ach ne weiß ich grad nicht mehr auf jeden Fall war es ein lustiger Tod hast du mit der Lokomotive gekuschelt? ne das nicht ach man da hab ich schon Erfahrung da bin ich besser dran als du hey ich werd fast daran gestorben aber ich hatte noch 6 Herzen danach hätt ich nicht die Herd könntest du nicht gerade zuerst gestorben aber jetzt muss man dir lassen dafür dass du so viele äh Tode hier kassiert hast müsstest du eigentlich einen Preis kriegen danke ah vielleicht mach ich dann nochmal was oh nein glaub mir das wird eine gute Sache was ich vorhabe wenn du jetzt sagst du hast jetzt schon Angst dann hau ich dich ich freu mich wieso weil du weißt wenn ich was mache dass es dann eh eine Katastrophe wird ja so nächste Woche ist die Gamescom mittlerweile dürftet ihr auch schon wissen dass wir beide da sind nachdem wir es ja schon so oft angeprangert haben wir beide treffen uns wir beide treffen uns auch dann zum ersten Mal wie gesagt du musst ja dann gleich nochmal sagen wenn bei dir wenn du dann in Köln ankommst ne ich hab keine Ahnung bis jetzt ey ich hab dein ich hab dein Terminal gefunden wo war's? im AE was? ja warte ich werf's hier runter ja pass schon liegt da unten habs und darauf muss man es bekommen doch das war ja der Zugang zum AE erstmal das Terminal wieder ans AE schmeißen jetzt warte mal ich will mir was testen was geht ne da haben sie nachgedacht schade aber warte mal was mir noch einfällt ich will mal wissen ob das hier auch noch geht ja ich hab grad die Ender-Poge in die Ender-Poge getaunt ja das ist normal das ist immer noch das beschwertste aller Zeiten finde ich nicht das hat mir heute damit so oft ist wie es aber gemacht ne wo ich immer fahren war ja ja wohl schon zu Ende gefahren Löffel sind eh scheißegal alles wichtig ist in der Ender-Poge in der Ender-Poge bis man da erst mal hin die Logik kommt ach ja Logik macht nicht vorhanden jetzt hat dieses Bild überhaupt irgendetwas an Physik Gravel und Sand ja ok das muss man lassen warte was ist das jetzt hier 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 machen wir noch zwei Rennen dann haben wir 8x8 und dann geht es jetzt auch schon gleich weiter mit der Turbine und ich hab irgendwie das Gefühl irgendwas werde ich an der Turbine jetzt verkacken aus Prinzip ach weißt was ich auch heute gesehen habe raten wir welcher YouTuber angefangen hat die Maschinenframes mit Eisen zu verhaften nö der macht oder ich weiß gar nicht ob der was mit Eisen macht ne der macht immer noch mit Stahl glaube ich glaube ich auch aber auf jeden Fall der YouTuber der von Technik zu wirklich null Ahnung hat meine Meinung nach Drunk ich schätze mal schon dass er noch was Ahnung von Technik hat ich meine dem seine Wettbewerbsschaltung aus dem Singleplayer aus seinem Minecraft Let's Play die war echt nicht ohne das ist bei seiner Farm ja die baut er immer vor und versucht sie dann so zu machen dass es funktioniert ne noch nicht gewusst ja doch schon klar ich wusste dass er das vorbaut bloß ähm auch trotzdem vorbauen man muss sagen der Mann denkt nach der Mann lässt sich sowas bauen nein das tut er nicht das weiß ich auf einer sicheren Quelle ja was wer hat angefangen es mit Eisen zu bauen ähm Sips Sepp stimmt er muss Material sparen äh jetzt werde ich auf das Fortsipp angeschrieben ich guck mal schnell was wichtig ist könnte natürlich ganz gut sein Jupp das ist wichtig denk dran hm denk dran Mädchen gehen vor ähm ne ist kein Mädchen das ist der andere der jetzt bei mir übernacht hat während der Gebs kommt ah ok dann ist das echt wichtig gut der ist dann montags um halb eins in Köln sehr schön gut dann fliegen wir mal wieder hoch stopfen wir uns mal wieder an Fleischpaaren in die Fresse stelle ich mir auch irgendwie richtig widerlich vor einfach so einen Fleischpaaren zu futtern wir brauchen Turbinenhousing nehm ich mal zwei Stacks mit und dann machen wir mal hier das Turbinenhousing und dann machen wir mal hier das Turbinenhousing Ich habe zwei mal einen durchbekommen von Knobinenhousing das mag mich oder was gibt's noch auf jeden Fall viele wissen ja dass ich Loll suchte und da weiß ich, dass sie dieses Jahr wieder groß aufbauen. Und ich bin Profi. Das ist normal. Ja, was ist noch groß, wo ich mal gespannt bin? Ja, die Displayabühle, da bin ich auch mal wieder gespannt, wenn dieses Jahr alles am Auftritt, aber ich schätze mal eh, dass es wieder auf hier halt die ganzen Leute von GameStar sein will. Ich noch es hoffen wird. Ja, komm schon, es war doch schon letztes Jahr so. Bis auf Debitor. Ich meine jetzt nicht nur Debitor. Peatsmeet war ja auch noch da. Ich konnte leider nur bis 14.00 letztes Jahr da bleiben am Samstag. Das war letztes Jahr mit einem Kumpel, der da war. Waren wir ja zur Zeit da? Das war richtig geil. Ich sehe nur die da die Displayabühle, ne? Ja, ich gehe da mal kurz hin. Ja, über lange. Ja, zur Kauf mit Blut. Er kommt da hin. Kommst du? Ich bleib hier! So wie so ein richtig kranker Suchti. Da muss ich das mal vorstellen. Du schaust einem normalen Menschen zu, wie er das macht. Und du findest ihn berühmt. Das muss man sich einfach mal so bildlich vorstellen. Scheiß. Wie krank Menschen man sagt. Was ist? Ich habe das ganze kalkuliert. Ich muss da 9 mal 9 sein. Ich muss da eine Mitte haben. Also der Reaktor, oder? Ja, die Turbine. Der Reaktor steht schon. Ah, okay. Jut. Weil Kalkulationen... Also du machst... Hm? Du machst doch gerade den Reaktor. Der Reaktor steht schon. Die Turbine. Äh, die Turbine meinte ich. Also ich baue gerade ein Zoo. Was? Wo bist du? Nicht nachschauen. Wieso funktioniert der Elevator nicht? Weil es einen neuen Elevator gibt. Beim Bahnhof. Du weißt schon, das Prinzip, weil du gesagt hast... Ähm, nicht nachgucken, dass ich nachgucke. Ich habe nichts gesehen. Komm schon, du bist doch bis jetzt noch klein. Oh, super, meine Elternnerven. Ich unterbreche hier mal ganz kurz die Aufnahme. Bis gleich.